so ladies and gentlemen schön dass ihr da seid hier ist der nils es geht los und ihr seht den neuen eingangs bildschirm wir haben also hier jetzt die möglichkeit auf weiter zu gehen wir haben mehr spieler modus wir haben die cloud sicherung drin und wir haben a rift in time und wir gehen jetzt als allererstes mal ja wenn wir gehen jetzt als allererstes mal in weiter oha ok das erinnert teilweise an ein ganz altes bild hier hier ist die tomaten micky hier haben den neuen skin von elsa ok hier haben wir rapunzels turm ok das ist so ein mischmasch aus verschiedenen stadtbildern hier haben wir so eine säule ok ok wir gucken mal was passiert wir gucken mal was passiert ich bin sehr gespannt ich hab's gewusst dass das in die ecken dabei geht ich hab's gewusst ich hab's aufgenommen ich hab gewusst dass das da drin ist hi hi java es hat geklappt na endlich es hat geklappt nach einer ewigkeit nils hörst du mich woher kennst du meinen namen du erinnerst dich vielleicht nicht an mich aber ich erinnere mich ganz gut an dich gut guck doch mal den ständen starb an der schade aus wie eine schlange cool woher kennt er mich diese plumpen geräte ermöglichen es mir mit dir zu sprechen aber ich fürchte sie sind nicht ohne fehlfunktion na endlich unsere verbindung scheint stabil zu sein sei gegrüßt ich bin java königlicher visier von dreamlight valley was königlicher visier von dreamlight valley nie und nimmer vor dem vergessen war ich dein engster vertrauter ich traue dir kein bisschen aber du hast wirklich keine andere wahl der der einsatz ist viel zu hoch ich wende mich jetzt mit einer ernsten warnung an dich alles in raum und zeit ist in gefahr wer hat das wohl verursacht könntest du das näher ausführen hör mir gut zu dann sage ich dir wie du in die welt wie du die welt wieder in ordnung bringen kannst okay das ist verpackt man sieht gar nichts und alles ist stehen geblieben und abgepfragt oh während des vergessens begabe ich mich auf eine reise ein ort voller uralter relikte aber dann ging alles schief okay der hat sich also auf die der hat sich in die in diese was in der vergangenheit gemacht die insel der ewigkeit ging in der zeit verloren er hat sich aufgemacht in den mühlstrom der zeit und erwartet gefangen aber jetzt habe ich endlich einen weg gefunden mit dir zu kommunizieren wenn wir das dreamlight valley noch retten wollen musst du dich auf die insel der ewigkeit begeben und mich befreien wie immer wie hast du die insel der ewigkeit entdeckt es war schicksal oder ein zufälliger unfall wir sehen ihn zum ersten mal während des vergessens begann ich meine wohlverdiente rolle als sultan von dreamlight valley zu übernehmen ja das möchtest du wohl gerne alles was ich wollte war natürlich die ordnung wieder herzustellen das bezweifle ich ich geht du klingst genau wie die straßenratte alladin und der unfähige genie sie weigerten sich mir zu vertrauen obwohl ich eindeutig der rechtmäßige herrscher war sie warfen mich hinaus sie verbanden mich aber wie es der zufall so will fand ich mich auf der insel der ewigkeit wieder eine insel voller alter schätze und mächtige relikten diese uralten relikte die die zeit kontrollieren erzähl mir bitte mehr davon es scheint dass die insel der ewigkeit einst die heimat einer alten zivilisation war atlantis sie erforschten die geheimnisse von zeit und raum und füllten die insel mit schätzen und wundern du wirst zweifellos einige von ihnen auf deiner reise über die insel finden die fähigkeit zeit und raum zu kontrollieren das klingt nach einer großen verantwortung ja nur jemand der unendliche weisheit besitzt kann damit umgehen jemand wie ein königlicher vezier vielleicht wie komme ich auf die insel der ewigkeit ich werde dir ein transportmittel schicken wo werde ich dieses transportmittel finden es gibt einen hafen einen hafen der viele welten versteckt dort findest du das uralte schiff das ist alles so cool gemacht wie so aus einem alten roman ich bin so froh dass wir befreundet sind besuchen den zauberer merlin und das war olaf hi olaf besuche den zauberer merlin er müsste sich inzwischen erinnern der alte narr war schon immer schlauer als erschien nimm das uralte schiff und reise zur insel der ewigkeit wenn du die insel erreicht hast suche nach einem weiteren mysteriösen gerät wie diesem sie erlauben uns zu kommunizieren der hafen der vielen welten wie geht's dir ich bin hola hi olaf es gibt quests was willst du über mich wissen ich habe etwas für dich ok jetzt wollen wir uns erst einmal jetzt wollen wir uns erst mal wo lieb anwesenheit von npcs in verschiedenen dörfern charakter charaktere können zwischen dörfern hin und her gehen öffne in der karte den charakter in dem du drückt f drückst um zu entscheiden wer ins aktuelle dorf kommen soll aktivierte oder deaktivierte charaktere deaktivierte charaktere werden angezeigt wenn du sie für eine bestimmte aufgabe benötigst ok hier damit f ok auch das hätte da hätte ich aber noch ein kreuz rein gemacht oder so das sieht man fast nicht aber ist okay ach so geht das so ich wollte eigentlich wohl wohl ist unten was ist das für ein haus hauptplatz 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 A Rift in Time. Sehr schön. So, da sind wir. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich habe genau gewusst, dass hier das herkommt. Dann gibt es also hier noch eins. Jetzt wissen wir also endlich, für was das hier ist. Und hier noch eins. Okay, so jetzt schauen wir mal in den Briefkasten. Ladies and Gentlemen, das Ganze läuft also so ab. Oder ist so abgelaufen. Man musste also warten bis 15 Uhr. Um 15 Uhr konnte man sicher Rift in Time kaufen. Für 30 Euro. Dann hat man es gekauft. Und dann konnte man es aber nicht gleich runterladen. Sondern musste ungefähr eineinhalb Stunden warten. Das war jetzt soweit. Jetzt konnte ich es dann runterladen. Und dann habe ich es installiert. Und dann ging der Quest eigentlich jetzt von alleine los. Jafar ist in die nächste Ecke des Hauptplatzes gekommen. Ich habe es ehrlich gewusst. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was im Briefkasten drin ist. Damit ihr wisst, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Hier oben ist das. Willkommen auf der Insel der Ewigkeit. So, das ist der nächste Schritt, den wir machen müssen. Das habe ich nämlich schon bekommen, die E-Mail. Ich lese sie aber für euch nochmal vor. Danke, dass du Disney Dreamlight Valley A Rift in Time gekauft hast. Stelle sicher, dass du dein Geschenk unten einforderst. Hier einfordern. Und hab viel Spaß damit. Um Zugriff auf die Insel der Ewigkeit und die Aufgaben der Erweiterung zu erhalten, musst du die folgenden Story-Aufgaben zuerst erledigen. Das heißt, wir haben erstmal einige Aufgaben. Das Traumschloss, also Merlin, gibt uns eine Aufgabe. Dann gibt uns Darkobert zwei Aufgaben. Den Dingen einen Sinn geben. Große Wiedereröffnung. Und dann müssen wir noch angeln. Anschließend geh zum Hauptplatz, sobald alles eingefordert ist und die Story-Aufgaben abgeschlossen sind, um deine besondere Einladung von Jafar zu erhalten. Triff dich dann mit Merlin und schließe die Aufgabe der Hafen der vielen Welten ab, um deine Reise zu einem besonderen Ort anzutreten. Oh Wolli, das wird so interessant. Hi, hi Stitch. Wie geht's dir? So, okay. Was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt gehen wir mal zu Merlin. Schauen wir mal, was der so zu sagen hat. Merlin, wo bist du? Ja, das Valley ist ein besonderer Ort. Das stimmt. Der ist wahrscheinlich daheim in seiner Hütte. Oh, hi Merlin. Endlich wieder Quests. Nils, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Mir ist gerade etwas Wichtiges eingefallen. So weihnachtlich. Es gibt einen versteckten Ort in Disney Dreamland Valley? Von dem aus du in die entlegsten Winkel dieser Welt reisen kannst. Wo soll das denn sein? Also es ist bestimmt die geheimnisvolle Grotte. Wo, ich würde gerne mehr von dem sehen, was da draußen ist. Natürlich willst du das. Es gibt doch so viele zu entdecken. So viel zu erforschen. Was wir suchen, ist ein Traumschloss? Triff mich. Ist im Traumschloss. Oh. Triff mich dort, wann immer du bereit bist. Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also gib niemals auf. Okay. Wo ist Wolli? Da ist Wolli. Hat der jetzt gerade sein? Was hat er denn jetzt gerade gemacht? Okay, im Schloss. Das ist ja interessant. Hm, da bin ich aber jetzt echt mal gespannt. Es könnte natürlich sein, dass das in diesem geheimnisvollen Versteck ist. Schließe die Aufgabe ab. Lass uns mal zum Schloss gehen. Ich weiß einfach, dass wir gute Freunde werden. Hi, Vajana. Hi, Buzz Lightyear. Schön, dich zu sehen. Komm, Wolli. Oha. Oh, er ist auch da. Sehr schön. What? Nee. Es geht in den Seidengang rein. Oh, oh, hallo. Jenseits dieses Tores wirst du Orte entdecken, die alles verändern, was du über Disney Dreamlight Valley weißt. Äh, aber ich, ich habe natürlich den Schlüssel verlegt. Oh Gott. Hast du in deine Taschen geschaut? Richtig, richtig, richtig. Das könnte einige Zeit dauern. Ich habe viele Taschen und unzählige Dinge in jeder von ihnen. Oh, ich habe ihn. Er war in einer winzigen Tasche in der Nähe meines Ellenbogens eingenäht. Mein Gott, hat der dünne Hand. Guckt mal. Ich hoffe, es ist der Richtige. Es hat geklappt. Worauf wartest du noch? Tritt durch das Tor und finde heraus, was auf der anderen Seite ist. Ich würde es nicht wagen, die Überraschung zu verderben. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du daran gezogen hast. Es ist die Tür hier. War da vorher auch schon was drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind... Wo sind wir denn? Wir sind im Schloss. Endlich. Nein. Ich habe mir schon immer gedacht, was ist da? Nee, ist das klasse. Oh mein Gott. Walli. Schaut mal hier. Das sind die Artefakte aus... Ich sage jetzt einfach mal Atlantis. Da ist ein Meer. Okay. Wow. Okay. Das ist ja Wahnsinn. Da kommt irgendwas raus. Das ist ja so toll. Hat uns der alte Haudegen mal wieder die Hälfte gesagt, ne? Oh, hier bewegen sich die... Was hat sich da bewegt? Die Büsche? Willkommen am Kristalltor, Nils. Von hier aus kannst du die entlegensten Winkel dieser Welt erforschen. Es gibt unzählige Orte im Dreamlight Valley, die du noch nicht besucht hast. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Abenteuer und Entdeckungen, die da draußen auf mich warten. Auf mich warten? Da sagt Merlin. Ist es hier sicher? Kann ich immer wieder hierher zurückkommen? Natürlich. Im Handumdrehen. Und die Dorfbewohner können dich überall besuchen, wo du hingehst. Oha. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ganz genau. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du woanders hingehen willst, nimm einfach eines der Transportmittel, die hier auf dich warten. Ich wage zu behaupten, dass sich das Kristalltor mit unzähligen Schiffen, Fluggeräten, Streitwagen füllen wird, wenn du weitere Orte außerhalb des Dreamlight Valleys entdeckst. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und vergiss nie, deine Fantasie ist ein mächtiger Zauber. Wahnsinn. Wo kommt man denn hier jetzt raus? Also, das ist ja Wahnsinn. Man ist, hier steht es ja Hafen. War das vorhin auch schon da? Okay. Geht man hier so durch? Das ist interessant, weil einer der... Wolli kommit. Weil einer der... Ähm... Anderen Creator hat sogar tatsächlich behauptet, er möchte nicht immer ins Schloss, um dann in den Hafen zu kommen. Und das war vor der Erweiterung. So, Ladies and Gentlemen, das war der erste Teil hier. Das ist so spannend. Das ist... Das ist... Mindblowing. Das ist eine Erweiterung, wie wir sie uns nie gedacht hätten. Was sieht man denn hier? Ah, das ist das erste Tor. Ist das das... Das Raumschiff von Yves? Bestimmt ist das das Raumschiff von Yves. Alter Schwede, haben sich die da was einfallen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Im nächsten Teil schauen wir uns allgemein an, was so alles passiert ist, was sich verändert hat im Menü und so weiter. Das sehen wir dann. Ja, ich würde es versuchen, heute noch hochzuladen. Ich bedanke mich. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dann. Euer Nils. Ciao. Ciao.